Hyperkorrektur meint die Überanpassung des Verhaltens. Zu einer Überanpassung kommt es, wenn jemand sein Verhalten einem anderen Menschen oder einer anderen Kultur anpassen möchte und sich dabei an Stereotypen orientiert. Dann wird die Anpassung unbeabsichtigt zu weit getrieben. So können Hyperkorrekturen zur Entfremdung führen, obwohl ursprünglich eine Annäherung das Ziel war.